Ich bin Königreich Italien, du? Ich bin... Ungarisch Empire oder so Höfster Reich Ungarisches Empire Dann sind wir immer noch verschieden Aber mein Team ist 5 von 10, du kannst rüberjunten sonst Du sagst wie? Ups Ups Teamwechsel Wechsel an Hä? Teamwechsel Ach ich bin jetzt, ich bin Österreich-Ungarisch Wo bist du? Charlie Cäsar bist du? Oh mein Gott Bei mir steht Charlie, aber egal Nein, da steht Cäsar Ok Dann schauen wir ob das jetzt los geht Im Team Cäsar Jo, Team Cäsar Jetzt werden noch 3 Leute theoretisch So, egal Ist ihm hart egal Ja So Wieder oben links auf die Berge Als Scharfschütze Oh Oh, ich kann keine Squad-Gruppe geben Ah, jetzt kann ich Verteidig das Ziel Ja, ich war nicht Squad-Glieder Jetzt bin ich Squad-Glieder Ich hab die erste Hilfe für dich Die Steuerung geht grad Panzer Und die Ball untergehen Gott, das macht viel Schaden, mein Scharfschätzengewehr Auf das Panzer-Ding Da ist schon einer bei uns am Berg Der ist einfach rausgestiegen, Mann Zum Panzer und hat uns dann angefuckt Och, Kacke Das ist gut Oh Gott, was war denn bei dir? Das sehe ich gerade, so ich das sehe Oh, der Panzer hier keine ahnung die waschen hier einfach durch ist klar war halt jetzt das ist immer noch einer weniger er ist dann einfach da in dem panzer drinnen er ist einfach in dem panzer und steht davor dieser scheiß bastien seine ritter rüstung das geht mir so auf die eiermann der ist nicht tödbar ich muss ich treffe seinen kopf halt nicht du musst den kopf treffen glaube ich ansonsten bringt gar nichts ist der hammer er stellt sich da einfach mit seinem panzer hin und ja kann man nicht kaputt machen ach jetzt ist zu spaz die halt ich bin medic was soll ich machen was wird wechseln ja als ich jetzt gerade wechseln wollte hatten wir den punkt verloren ich bin jetzt einmal gestorben da mal der panzer ist da einmal bin ich gestorben schon mal da the enemy is advancing wenn es schon zu mir die sind schon drin im tunnel die haben schon gearmt wir hätten dein team joinen sollen alter mit der pump dann schießt du einfach bombtot hammer geht ab ich will auch ne pumpkin haben warum kann ich mehr keine pumpkin kaufen im spiel keine ahnung aber wir können jetzt entschärfen wir haben die objektive apples ich stehe die ganze zeit da und belohnt ich bin hergekommen du bist weggerannt von mir gerade noch ich renne als scharfschütze weg vor dir okay macht als scharfschütze rennt man sehr viel alex da ist draußen an einem stein ich habe mich nicht an dem stein so kann man die gar nicht heim wenn du weg muss das ding da nur irgendwo in die nähe von mir schmeißt du hast ja einfach an dem fein vorbei gell aber egal aber egal dann musst du einfach weiter gerannt wenn man raus rennt und ich kann nicht drinne kämpfe als scharfschütze ich kämpfe da nicht weil ich immer noch diese spaß die quest verdient habe hier erste helfe hier erste helfe für dich hier erste helfe für dich hier erste helfe für dich komm zu dem anderen objektiv hier lucas ich bin oben draußen erschafft schalte die weg ich bin tot ich könnte ich möchte diese drecks quest jetzt irgendwann nur fertig einer ich muss noch einen töten mit dem scharfschütze einen fucking anderen speer halt das ist das behinderte an der quest dann drückt die daumen hier erste helfe ich bin genau um die leute man kennt diese merke halt noch gar nicht wieso spiel mit diesem das hier habe ich schon damals da kommt ein panzer da kommt ein panzer für dich kameran erste helfe damit kommst du auf die beine helfe hey helfe helfe ich bin hier halt da ist ein panzer neben mir helfe helfe ich bin tot keine ahnung Gaskranate, aber ich hatte auch Maske auf, keine Ahnung. Die sind jetzt an dem Spot, glaube ich. Nee, ich bin noch hier bei dir, wo du gestorben bist. Oh, genau. Die kommen gerade her, aber... Wir haben einen Armotypen gerade. Vielleicht spawnen bei dir dann, wenn es geht. Alter, lass mich durch, du Faggot! Erste Hilfe, greif zu! Ich weiß nicht, mein Gewehr ist... So wegen Gasmassen kann ich nicht suchen, oder? Hier, man, Erste Hilfe! Erste! Hier, Erste Hilfe! Uh, ich hab den Panzer zerstört als Scharfschütze! Oh, shit! Erste Hilfe! Der Das Zeugnet schockt! Bedichtkamera! Erste Hilfe! Das Zeugnet schockt! Wunderschönen! Hör auf! 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 Fänger! Hör auf! Ich hab halt nur die Kack mit dir bisher. Nein, ich brauch nen Rett. Leute, von wo? Hinten, von dem anderen Gang, unten. Kommt einer. Ja, ich hab kein Rett bekommen, also danke für den Korb. Wo war mein Rett? Ich komm da nicht durch, wenn die von zwei Seiten kommen, Junge. Ich wär extra drinnen. Ich brauch mal objective. Ich kann bitte nicht spawnen. Das ist eine neue Rebellion. Spawn ich hab bei dem... Braucht jemand erste Hilfe? Oh, die sind auf A hier. Das ist ne Buggy-Kante, Mann. Ich treff ihn die ganze Zeit in der Head. 100% Oh, die streamen hier gerade bei A rein. Die kurz... Okay, sie sind glaub ich teilweise drückguss-Helders down. Einer ist noch da. Ah, die zersen die. Ja, ich kann nix sagen. Das ist halt ne Brandbombe, Mann. Und alles. Ich bin bei dir. Hier! Erste Hilfe für dich! Ich hab meine Quest übrigens auch fertig. Hurra. Jetzt hab ich noch ne Quest bekommen grad. Man kriegt ja immer... Du musst ja so ein ganzes Quest-Book fertig machen, Mann. Ich kann ihn gleich als Scharfschütze, Mann. Oder kann ich mir jetzt noch mal kurz umentscheiden? Wieso jetzt 1,755? 1,755? Man, hier ist mehr, man hat 1,25 von vorne als Loser bekommen. Genau. Ah, ach so. Weiß nicht warum, aber... War's länger dauert? Ich keine Ahnung warum. Und jetzt konnte ich noch ein Unheilter-Meister wieder zeigen. Jo... Jo... So weiter... So nix. Gute 3,7 Stats. Und du? Ich hab nur... Von der Mel-Helpe verteilt. Führe drei Fahrzeuge mit einem K-Geschoss muss ich jetzt machen. Das war die nächste Folge. Bis zur nächsten. Gute Nacht. Ciao, ciao.